Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass Sie hierher gekommen sind in das TransArt Studio in der Bundesstraße 37. Mein Gast ist heute Valentin Malanetzky, Pianist, hat am Musodeum studiert und kommt aus Moldawien. Und ich glaube, wir legen gleich los. Viel Vergnügen. Das Technikum wachsen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 . 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 Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank.